Hi, ich bin der Manus von Real Fishing und ich möchte euch heute das Heilboot-System von Success vorstellen. Das Heilboot-System besteht aus ein paar Elementen. Fangen wir vorne an. Hier habt ihr einen stabilen Karabiner, der in einen Wirbel reingeht. Dann kommen 70 cm bis zum ersten Haken, auf denen ist Leuchtschnur montiert. So wie ein dickes Spinnerblatt und ein paar Auftriebsperlen. Dann kommt auch schon der erste dicke Haken, Hakengröße 10.0 und dann der zweite Haken, auch gleiche Größe. Hier jetzt schon im Seelachs verankert, hier noch mit ein bisschen weiterer Leuchtschnur, also wirklich alles auf Reiz ausgehend. Die komplette essentielle Schnur auf diesem Vorfach ist 1,2 mm Monophil, also richtig schön dick, damit könnt ihr auch große Heilboot-Zwangeln. Das System ist da aber noch nicht ganz fertig und zwar müssen wir das Blei noch irgendwo montieren. Dafür haben wir hier zum einen so einen Running Boom drauf, der dann hier oben an unsere Hauptschnur geht und hier einen Einhänger hat, an der schon dünnere Schnur montiert ist. Das heißt, wenn ihr tatsächlich mit dem Blei, in dem Fall sind es jetzt 200 Gramm, kommt natürlich immer auf euer Gebiet an, irgendwo hängen bleiben solltet, reißt erst diese Schnur und ihr verliert nicht das Vorfach, was total smart ist. Weil wer verliert schon gerne ein ganzes Vorfach, wenn nur das Blei hängen geblieben ist und auf das Blei kann man ja dann verzichten. Der Running Boomer ermöglicht das natürlich auch schön, dass der Fisch sich dann haken kann, wenn er dann frisst. Und dann kommt hier noch eine Schockabsorberperle und dann geht es hier wie gesagt weiter zum System. Das System könnt ihr auf zwei Arten nutzen. Einmal aktiv geführt, indem es langsam hochkurbelt, immer mal wieder stoppt, dann wieder hochkurbelt. Oder als tote Route einfach im Rutenhalter, so wie wir es machen werden, einfach liegen lassen, 10 Meter über Grund kurbeln und hinterm Boot herdriften lassen. Ja, wenn euch dieses Produkt interessiert, dann schaut beim Fisherman's Partner eures Vertrauens vorbei. Der hat es sicherlich auf Lager und dann könnt ihr euch das auch mal live anschauen und dann hoffentlich ein paar schöne Heilbutts damit fangen. Dann bedanke ich mich für euer Interesse und hoffe, dass ihr mit dem Success-Heilbutts-System ein paar Heilbutts fangen könnt. Wenn ja, dann taggt uns auf Instagram oder Facebook in euren Bildern, dann bekommen wir mal ein bisschen ein Verständnis, was bei euch draußen so geht.